Guten Tag meine Damen und Herren, ich begrüße Sie wieder zu einer neuen Sequenz unseres Hausschatzes der modernen Kunst der Wiener Gesellschaft für vervielfältigende Kunst. Wieder ein Auszug heute von verschiedenen Künstlern mit den unterschiedlichsten Darstellungen. Kommen wir gleich zum ersten. So, das Bild heißt von der Donauregulierung und stammt von Hans-Rudwig Fischer, 1848 in Salzburg geboren und widmet sich, war Landschaftsmaler und widmet sich hier ganz deutlich dieser Donau und der Regulierung, das heißt also moderneren technischen Themen, die er dort umsetzt und hier versucht darzustellen. Nochmal zu dem Herrn Fischer, er war Litograf und hat sehr viele Reisen gemacht in Antwerpen, war in Rom, in Paris, in Italien und hat sich immer wieder diesem Thema Landschaft gewidmet und hier dieses ist ein ganz besonderes von Ihnen, weil es sich der Landschaft und der Technik widmet, also dieser Donauregulierung. Man sieht hier einen leicht überfluteten Bereich mit einem hinteren Baumwuchs und einem Durchblick mit einer Lichtung, was sehr schön die Beleuchtung der Sonne, der aufgehenden oder abendlichen Sonne durchscheinen lässt und so diesem Bild sehr, sehr viel Tiefe gibt. Ein ruhiges, aber in großer Tiefenwirkung bildendes Bild. Ein sehr schönes Beispiel seines Schaffenskraft. Das nächste Bild ist von Alois Gabriel und zeigt, hier steht der Titel Hasfinger, das ist der Kapuziner Joachim Hasfinger, ganz deutlich zu sehen und nennt sich die Tiroler zum Kampfen für das Kaiserhaus auffordern. Ich glaube, das ist schon ein sehr martialischer Titel und zeigt auch sehr viel davon, nämlich, das ist eine Kneipe, wo sich Leute versammeln und dieser Kapuziner-Mönch die Leute aufruft zu den Tiroler Kriegen. Und ganz deutlich, vielleicht kennen Sie den Herrn hier mit dem Bart, das ist der Andreas Hofer, wie er damals leibte und lebte und die Kriege gegen die Franzosen geführt hat. Nochmal zu dem Maler von dem Aguis Gabel möchte ich noch kurz sagen, er ist 1883 geboren, hat Defrega, den bekannten Maler, als Vorbild, der zehn Jahre vor ihm quasi dieses Genre der lokalen Stimmungen aufgenommen hatte, zum Vorbild genommen und ihm gefolgt ist. Und das zeichnet ihn auch aus. Er hat dann mit diesen Art von Bildern leider in späteren Jahren nicht sehr viel Glück gehabt, so dass er im Jahre 1893, war das glaube ich ja, Selbstmord begangen hatte, weil er einfach von diesen Bildern nicht mehr leben konnte und es ist verbrieft, dass seine Hinterlassenschaft ganze 20 Pfennig waren. Also ein sehr verarmter Künstler, der zunächst großen Erfolg hatte mit diesen Bildern und dann doch sehr arm gestorben ist. Das zu diesem Bild. Das nächste nennt sich Auf der Studienreise und ist von Konrad Grob. Und Konrad Grob ist 1872 in der Schweiz geboren, ein Schweizer Genremaler, der 20 Jahre zunächst erstmal in seiner Heimat nur als Fotograf gearbeitet hat, oder was heißt nur. Er hat dieses Handwerk gelernt und hat 20 Jahre in diesem Genre gearbeitet und ist dann Landschaftsmaler und Genremaler geworden. Also dieses Bild zeigt ganz deutlich, sieht ihn selber im Prinzip, wie er dann auf seinen Reisen Maler wurde und hat hier, Studienreise hat hier eine Szene aufgenommen, die er mit Sicherheit, das unterstelle ich, eben jetzt einfach selbst erlebt hat. Das heißt also, hier ist auf dem Balkon in einer heimischen Szene, mal darum konzentriert er die Tochter oder die Inhaberin eines Hofes in ihrer Tracht und stellt somit auch diese häuslichen Szene dar, während hier die Omi dann auch schön strickt, ne. Und die interessanten, coolen Nachbarn und Geschwister und Familienmitglieder, die über die Schulter zugucken. Also eine klassische Szene aus dem Leben gegriffen, wofür er auch steht. Das Bild daneben ist ebenfalls von Konrad Probe, stammt aus dem Jahre 1870, ist auch eine Originalradierung und zeigt genau wie das Bild eben auch wieder eine häusliche Szene am Kaminofen, wie der Opa mit seinen beiden Enkeln eine Meißenfalle baut und so nennt sich auch das Bild, die Meißenfalle. Das heißt also, ich würde es mal heimische Bastelstunde nennen heutzutage, aber zeigt auch wieder eine ruhige, heimatlich verbundene Szene, die sehr viel Ruhe ausstrahlt, aber auch authentisch wird. Absolut authentisch, dafür steht unser Konrad Probe. Das waren die ersten vier Bilder, jetzt kommen wir gleich zu den nächsten, wir machen jetzt einen kurzen Schnitt. Teil 2 unserer Galerie sehen Sie hier, das nennt sich Kloster Schäfflerei, ist ein Bild von Eduard Brützner, 1846, gebürtiger Pole, heute in Polen, damals in Preußen geboren. Und seine Bilder zeichnen sich als humoristische Genrebilder aus. Das heißt also, hier sehen Sie eine Szene, eine Kneipenszene, klassischerweise, da wird Bier hier überweicht und er interpretiert, es gibt sehr viel Humor, Sie sehen auch, dass Sie sich freuen, man kann sich sogar an den Bilder mitfreuen. Und ist auch bekannt für Interpretationen aus Shakespeare, also hat durchaus auch anspruchsvolle Themen genommen und diese in Lithographien und Malerei umgesetzt. Und das führte natürlich in letzter Konsequenz dazu, dass er dafür sein Bekannter erhielt und Professor in der Münchner Akademie wurde. Also mit seinen humoristischen Bildern hat er sehr viel auf den Markt gebeten können. Sehr angenehmes Thema, wirklich. Dieses nächste Bild nennt sich italienische Gartenszene. Ganz klar, hier sieht es wieder ganz anders aus. Das ist ein Bild von Ludwig von Hagen, 1820 in München geworden. Und durch seine vielen Reisen, er war in Antwerpen, da hat er studiert und hat gelernt, die Malerei und Hobe und Paris, natürlich Italien, wie zu der damaligen Zeit, hat viele Leute inspiriert. Und so zieht er seine Infressionen daraus. Und er ist bekannt dafür, dass er die italienische Renaissance mit Rokoko-Motiven ausstattet. Und wie es in der Hausschaftsszene schön beschrieben wird, ist es ein hohes Genre mit vornehmen Bildern. Das heißt also, bei ihm sind die ganz gediegen, ruhige Szenen vornehmende Bilder, die etwas repräsentieren sollen. Er ist ein Resultationsmaller, das sieht man hier ganz deutlich. Ganz ausgewogen hier die Szenerie in der Mitte mit dem Grünen in der Richtung und die tiefen wirkenden Bauwerke. Also ganz ausgetüffelte, fein, säuberlich aufgestellte Bilder, teilweise konstruiert, aber sehr gut in Szene gesetzt. Historische Bilder. Das nächste Bild hier ist sehr actiongeladen, nennt sich Freiwillige Jäger und Sie sehen, dass es sich hier um eine kriegerische Darstellung handelt. Das Bild ist von Robert Haug, 1857 in Stuttgart geboren und sein Genre sind die Militär- und Schlachtenbilder. Hier ist ein Beispiel davon, es zeigt ein Szene aus dem deutsch-französischen Krieg, wo die einen vorrücken, die anderen sich zurückziehen müssen und natürlich hier unter Hauptdarsteller in der Mitte einen vielleicht sogar tödlichen Schuss bekommen. Nichtsdestotrotz, es war eine Sparte, die es auch gab und auch dargestellt wurde. Und das ist neben seinen Landschaftsbildern, die er auch gemacht hatte, seine Spezialität, diese Schlachten und Militärbilder. Und sofern wurde er auch in diesem Bereich mit einer Goldmedaille ausgezeichnet von der Nationalgalerie in Berlin, glaube ich. Also er ist sehr bekannt dafür, wer diese Motive der historischen Schlachten, die es ja nun mal gab, darstellte. Er war auch viel in der Öffentlichkeit darzustellen, dass ein Krieg nun mal nicht immer ein Zucklerlecken war. Auch dazu hat er auch fährerisch beigetragen. Und unser letztes Bild hier nennt sich die Wilde Jagd. Er hat auch sehr, sehr actiongeladen. Da geht es ja richtig durcheinander mit Pferden, wie er will, Reiten und Läufern. Es ist ein Bild von Rudolf Henneberg, 1826 in Braunschweig geboren. Und er war zunächst Jurist und angehender Richter. Und dann hat es ihn dazu gedrungen, ich will Maler werden und ging nach dem Werben, hat gelernt. Er ist auch in Paris unterwegs gewesen, sehr viel auf Reisen gewesen danach. Und ist jetzt durch seine Malerei bekannt geworden, ich zitiere jetzt nochmal, dass er die dichterische Stimmung in die Sprache der Malerei übersetzen konnte. Das war seine Schaffenskraft, seine Auszeichnung hierfür. Und das sieht man auch in diesem Bild, wie er eine Jagd darstellt und komprimiert mit allen möglichen Szenen. Da fürchten der Hirsch, wie die ganze Meute von Pferden, Hunden, Neuten und Reitern hinter ihm her ist, das umzusetzen. Das hat ihn ausgezeichnet. Und das haben auch andere erkannt. Auch er hat die goldene Medaille gekriegt. Das war, glaube ich, bei der Münchner Akademie. Von dort ist er auch ausgezeichnet worden mit dieser Art der Malerei. Hier natürlich Originalvalierung. Das ist von 1856. Dieses nochmal darstellt in ganzer Kraft. So, jetzt haben Sie einmal unsere neuesten Bilder hier gesehen. Schauen Sie sich die nochmal im Einzelnen an. Und vertiefen Sie sich nochmal in viele kleine Details, die immer mit Lehre und Wundernsfeld sind. Ich kann es Ihnen nur empfehlen. Ich danke Ihnen fürs Zuschauen. Ich danke Ihnen fürs Zuschauen.